Jo Leute, Schmalle hier. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, 14.03. in der Altenschleiferei in Duisburg, 90er Jahre Party, Asselalarm, Abriss 3000, das worauf wir jetzt jahrelang gewartet haben, endlich umgesetzt. Ich bin ein bisschen angeschlagen noch, habe gerade die Weisheitszahlen gezogen bekommen, aber ich werde jetzt alles in die Wege leiten. Wir machen noch ein kleines Gewinnspiel. Postet mal auf der Veranstaltungsseite, auf die Pinnwand, euren Lieblings-90s-Track und macht dazu den Hashtag Asselalarm und irgendwas anderes noch, auf jeden Fall Asselalarm. Teilt die Veranstaltung auf eure Pinnwand, teilt den Flyer auf eure Pinnwand und der Gewinner kann, sagen wir, für 30 Euro Brühe frei saufen an dem Abend. Bei 2,50 Euro pro Brüheglas seid ihr auf jeden Fall gut dabei. 30 Euro Brühe frei, wer das Gewinnspiel gewinnt und ansonsten 14.03. Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017